Okay. Für den liebsten, was all das ist heilig, würde ich bitte stoppen, mich zu spüren? Was? Was ist das? Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Nier Replikant. Ah, hier sind wir richtig. Wir sind Gegner, da müssen wir richtig sein. So mein lieber Freund, komm her und schlag. Ich will dauernd das Zeug verschieben, es geht einfach nicht. Hallo, rühm die Tür auf. So, mal schnell heilen zwischendurch. Dann wieder Damage kassieren. Arzneikraut. Nice. Stop, komm her, Klein. Ha, ha. mehr du schattenlurch es ist aus mit dir irgendwo ist noch einer nicht aber man kann sich nicht heilen wenn man schon voll ist das ist schon mal das ist sehr schlau von dem spiel ja hallo muss ich schon sagen aha richtig aber wollen wir das ich denke nicht gucken wir uns zuerst noch alles an auch auf die gefallen dass wir hier auch schreikrampf kriegen mit dem gesang im hintergrund die ganze zeit aha arz neuer crowd ne also das war es von ihr naja ok ist auch nicht dann gehen wir halt raus ach der doppelsprung wird jetzt erklärt dankeschön das ist aber lieb von dem spiel sieht schon voll krass aus ne die ganze ich sage jetzt mal antike moderne architektur mit den ganzen stallträger und so stallträger stallbeton dingern hier die meine ich hier zusammen mit wieder neuen alten elementen ach schon cool und der badewanne hat schon gewonnen badewanne ist rumpf so muss man den langen da lang vielleicht können die vielleicht mal aufhören zu singen im hintergrund meiner am anfang war es ja ganz okay aber jetzt ist schon sehr lang und nervig also leute wenn es euch nicht stört ich mach mal kurz ich mach mal den hier sound ich finde schon sehr stören langsam so die kann man jetzt verschieben oder wie greifen aha aha was zum seil ausmacht oder ane das sind griff dran oder kleines ganz schön stark das muss man ihm lassen komm wirkliche kiste jaja war mir schon klar bin ja nicht von gestern so reicht das aha man braucht gar keine leiter doppelsprung reicht auch arzneimittel ist voll gut da hüpft er einfach rauf die tür ist zu wo muss ich hin wieder runter also anscheinend ja hoppla schnell spechern ja hier wird jetzt wahrscheinlich ein boss auf uns lauern schätze ich mal wenn wir schon die möglichkeit haben zu speichern dann gehen wir da mal rein dachte ich mir doch immer die schatten warum sind immer die schatten bei mir ich habe nicht Zeit für das ich muss Jona schützen ja da ist wieder so ein buch kann ich das buch nehmen liebe wachen darf ich das haben ach so ach so ja nice ein problem weniger dafür haben wir glaube ich gleich zwei neue probleme was 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 ist was ist buch um hilfe bitten ja von mir aus komm hat sich die angeschlossen ok ja danke buch so so how do we save yona once i destroy these shades the magic barrier preventing your passage should simply disappear cool you can really do that hehehehe i am grimoire vice my very name brings kingdoms to their knees then do it already vice you will refer to me by my full and proper name just keep coming you should not have turned your blades on me foul creatures with a single word i grimoire vice hehehe 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 huch ist jetzt schon der geilste hehehe einfach nur allein schon wie er redet das französische bludgeoning du mir vorhin gab hat meine Erinnerung um mich zu erinnern zu erinnern bist du wirklich bist du wirklich du bist nicht so glücklich wie du glaubst du bist aha versiegelten Fers erhalten dunkle Explosion aha 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 Maschinengewehr okay okay damit kann ich arbeiten okay okay was ist das meine Erinnerung bist du okay Vice häng da rein es scheint wie kann ich meine powers durch diese Monster zu retten muss ich die jetzt mit dem Buch abknallen oder kann ich die auch schlagen ist das magische magische in der Tat das ist die wahre der Grimoire Vice warte Yona ich komme das das ist das alle sie ja ich wusste es doch jetzt kommt die Ritter ok 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 so Leute so 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 aha ah Das Buch ist cool. Das haben sie mega gemacht. Echt. Finde ich richtig gut. Komm her. Komm her. Jetzt. Ja. Komm schon, komm schon. Zack, zack. Ja. Nice. So. Oh. Eine Lanze. Weg ist sie. Hey, 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 hey. Aufpassen, aufpassen. Nicht, dass ich das Mädel treffe. So, kann ich die Lanze jetzt? Kann ich das jetzt casten? Ah, weiter an Vers erhalten, ja. Ja, ja, ja. Oh, oh Gott, ich kann zaubern. Ähm, ähm. Kann ich den einfach schlagen? Ne. Keine gute Idee. Ja, wie jetzt? Ah, jetzt, 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 jetzt. Los. Angriff. Ja. Den nächsten Vers. Was erhalte ich jetzt? Los. Mehr Lanzen. Haha. Mega Lanze. Los. Wow. Gar nicht übertrieben. Nein, er trifft hat nie. Ach, Gott sei Dank. Oh, er geht durch, die geht durch. Bitte nicht. Nicht, dass er das Mädchen trifft. Ja, Mann. Na nie, sie kam, Adi. Der Gesang. Ah, die Kleinen, die nerven jetzt. Ah, aber die sind gleich weg. Was macht der? Feuer, Beiler, noch mehr. Ja, die sind doch alle weg jetzt, oder? Oh, 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 oh. Komm schon. Wow, wow. Alter. Oh, oh, er bewegt sich. So, jetzt aber. Komm. Los. Bam, bam. Kaputt. Du, 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 du. Ja, waren voll im Meer, Leipzig. Dann lanzen. Boah. So. Ja, wie geht's weiter? Ah, da vorne. Hat der noch irgendwas für mich? Nee, der hat gar nichts mehr. Den haben wir ganz schön zerlegt. Muss man schon sagen. Ach so. Tja, da hauen wir mal ab. Jetzt haben wir ein tolles Zauberbuch. Ein Megaschwert und ein Lanzer. Was willst du denn mehr? Hey, wo ist das Buch hin? Weiß? You're faster than I thought. I tried. I really did. But I couldn't find a Lunar tear. I'm so sorry. I just wanted to make you rich. Oh, ja. Oh, ja. Ich dachte, die hat schon vor tausend Jahren gehustet. Das habe ich jetzt nicht ganz richtig mitbekommen, oder? Und ich schaue, es ist fatal. Ja, ich weiß. Oh, Yonah. Komm, es ist besser, sie schlafen lassen. Okay. Komm, es ist besser, sie schlafen lassen. Ja, was gibt's hier? Stärkungstropfen. Gold. Gold war mal, Gold ist immer gut. Ja, das Buch, das schwebt jetzt immer hinter uns, oder wie? Also, nicht, dass die Leute jetzt irgendwie komisch reagieren würden, oder so, wenn ein fliegendes Buch hinter dir ist. Oh, du bist zurück. Oh, du bist zurück. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe gehört, dass du durch die Gäte der Norden gehst und... Wait, ist das ein Buch? Ja, es ist... Ich bin Grimoire Weiss, und du wirst mich mit dem richtigen Respekt verraten. Warte, du bist Grimoire Weiss? Oh, das ist so cool. Hold on, was? Ja, natürlich. Er ist das Buch weiße, was ich gerade singelte. Aha. Okay. Er ist in deinem Song? Ja. Die Song der Angelegenheiten. Es ist ein altes Tum, das durch die Generationen von Villager. Es ist in eine vergessenen Sprache, also... Ich warte, dass du viel Sinn aus hast. Du wirst, was bedeutet? Was bedeutet das? Na, es ist nicht so, dass ich es studiert habe, oder was ich... Aber ich kann dir sagen, dass ich ein bisschen und ein bisschen erzähle. Es gibt diesen schrecklichen Schmuck, der sich auf und beginnt zu spüren Krankheiten überall. Aber dann dieser Schmuck blühe, sieht das Schmuck blühe, und schafft das Welt, und jeder ist glücklich. Du wirst, wie es geht. Aha. Aha. Was ist es? Es ist nichts. Wie genau ist dieses schmuck schockt? Es ist nur ein Song, ja? Ich weiß nicht wirklich die Details. Oh. Oh, nicht schuldig. Schau, warum kannst du dich fragen, Popola? Sie hat einen großen Gehirn, vielleicht weiß sie etwas. Das ist eine gute Idee. Danke schön. Was ist das für eine Sprache? Was ist das für eine Sprache? Sie hat ein großes Gehirn, vielleicht weiß sie etwas. Sie hat einen großen Gehirn. 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 Sie hat eine Krankheit. Sie hat eine Krankheit. Ich dachte nur. aha na gut sagt die omi zu meinem buch aber wir können jetzt mit keinem mehr sprechen das ist ja toll nicht echt ja ich kann auch suchen wir dann ich kann zaubern da oben ist eine magie anzeige hallo der wachmann man jetzt rede keiner mehr mit mir und damit sind wir leider auch schon am ende der folge angekommen wenn es euch gefallen hat lasst eine positive bewertung da und wir sehen uns dann in der nächsten folge nie replika tschüss